In unserem Betrieb nutzen wir Cumulino als Kommunikationsmittel. Der erste Aufschlag kam eigentlich von unseren Mitarbeitern, die bei Fragen von Abstimmung von Dienstplänen zum Beispiel ein einfaches System haben wollten. Dass wir hier nicht auf die üblichen frei nutzbaren Systeme zugreifen konnten, wie Facebook oder WhatsApp, liegt daran, dass wir ein Medizinproduktehersteller sind und ganz bestimmte datenschutzrechtliche Dinge natürlich eingehalten werden müssen. Da lag es nah, eine eigene App und eine eigene Kommunikationsplattform zu bilden. Jetzt nutzen wir diese Plattform, um zum Beispiel Informationen an alle rauszugeben oder auch Dokumentationen von Betriebsversammlungen. So erhält jeder Mitarbeiter diese Informationen. Das ist eine große Erleichterung für unseren Betrieb. Ganz aktuell nutzen wir Cumulino auch, um kurze Videobotschaften an unser Team zu senden. Gerade in der Corona-Krise haben wir eben durch Kurzarbeit bedingt nicht die Möglichkeit, mit jedem zu sprechen. Und vor den Feiertagen ein kurzer persönlicher Gruß ist super. Untertitelung des ZDF, 2020